hallo meine lieben willkommen zurück zu stellar ist ein wundervoller tag und wir sehen wundervolle arbeitslosigkeit hier auf unserem planeten und wir haben einen arbeitslosen energie roboter und wir haben ja blocker die wir nicht entfernen können bislang sehr schön sehr schön vielleicht sollten wir daran denken jetzt mal hier tatsächlich dieses gebäude zu verbessern was machen wir auch und der baum halten landwirtschaft sie stricken noch dazu dann können die auch eines tages so gut will schön arbeiten die nikandam stern werft nikanda stern werft hier die ist nicht verbunden gerade gesehen das können wir auch hier sehen wir indem alle nur an den roten eigentlich an den roten stellen dass sie nicht verbunden sind ja ja im prinzip im prinzip haben wir richtig pech weil der send nicht drüber haben wir etwa keine verbindung zur hauptstadt doch hätten wir eigentlich werden sogar durch beide gegenden hier hätten wir hätten wir mal die piraterie gleich angucken wenn wir schon da sind mal einen kleinen blick darauf werfen sieht gut aus sieht sehr gut aus sieht sehr gut aus na also geht doch geht doch aber trotzdem hier jetzt rechtsklick auf eine andere aufgewertete sternbasis um zu dieser eine handelsroute zu beginnen handelsrouten müssen eine verbindung zu eurer hauptstadt haben ja unsere hauptstadt wäre ja hier um gott machen wir eine handelsroute ich werde verrückt verzeihung er macht es nicht er macht es tatsächlich nicht ja gut okay das ist jetzt pech da können wir jetzt auch nichts machen die kann der schiffswerft hat auch hat doch hat 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 schon handelsknoten drauf und baut auch noch mal ein handelsknoten weil wir verbessern uns da wir ändern uns aber ich hätte jetzt schon ganz gern dass der auch dass der auch das macht doch das möchte ich eigentlich schon ganz gern stopp gehen wir hierhin jawohl da sammelt ja immerhin ein bisschen sammelt er ja eben doch okay gut er geht so b1 singularity finde ich gut und er geht nach nikanda und der base cluster geht nach kapatene das heißt nikanda gut ausgehende routen ja so und singularity geht dann zu uns zurück ja aber wenn wenn bei singularity vielleicht dann haben wir nicht so viel reise durch fremdes land dann ist ja unser land sogar auch da haben wir sie ganz lange piraterie strecke ganz lange pirate und das ist natürlich abtörend um ehrlich zu sein das wäre richtig abzuhören dann machen doch dass die b9 singularity vielleicht ja gut ist noch alles auf null gesetzt momentan noch hätte sie doch ein handelswert von 19 ja da müssen wir mal gucken also überhaupt ein handels klar ist ja ist ja logisch ja wenn wir eine handelsroute haben die einmal komplett durch die galaxis geht was willst du da machen ganz normal dass das nicht funktioniert wie es soll so wir gucken uns jetzt eine andere geschichte mal an und zwar würde mich einfach mal interessieren megastruktur bauen ein habitat ok uns fehlen 71 legierungen ist sehr teuer ok es kann nur habitat spezifische gebäude bauen ok und wenn wir moment wenn es in der umlaufbahn eines planeten errichtet wird der ein mineralenergie oder forschungsvorkommen hat sind besondere distrikte verfügbar also wir werden auf jeden fall ein habitat mal in angriff nehmen das finde ich nämlich spannend und das thema wollten wir uns ja wollten wir uns ja auch angucken und was wir außerdem auch machen das ist dass wir dass wir uns hierhin noch ausdehnen werden und wenn unser auf alpha war das geld aber auch auf sorry auf aber bei mir der monolith fertig ist dann geht es ab und dann geht das richtig ab ja wir hätten noch hier platz für büroangestellte man ist hier die nächste das nächste wachstum zu erwarten war erst es war es ein wachstum alles klar aber für 22 pro monat finde ich jetzt ein sehr starkes wachstum ehrlich zu sein kann man nicht sagen und wir haben auch eine montage roboter jetzt hier am wachsen was haben wir beschlossen schon wieder aus die pan galaktische recycling initiative oder was der schutzengel regeln des krieges schutzengel aha aktiv durchschnittliche unterstützung von ok naja naja müssen die wissen elfers prime wird jeden moment was fertig gestellt die legierungsgießerei nämlich dann können wir sehen dass ich es hier oben erhöhen wird am ende des monats haben wir auch gleich also jeden moment tickte so und jetzt alles klar ja voll gut oder voll gut machen zivilunternehmen und alles und dann kriegen wir hier mal schön ab hier dann hauen wir legierungen raus freunde es wird es wird einfach gut was könnte uns anbieten die stockbetten exotische gase 15 so wir haben wir haben das nicht jimmer ist im system hier angekommen das finde ich voll gut nein wie wärst du erst mal hier erkundet oder macht doch sinn und danach hier und danach hier und dann hier und dann hier und dann hier und dann ich traue diesem diesem auswerk schon für den traue ich nicht dem traue ich nicht der bescheid ist uns jawohl abiert schien auf der power full und ohne die able die gucken wir uns als nächstes auch mal an die ist nämlich hier auf hemtares angekommen und hemtares da möchten wir ganz gerne ausgraben ne fliegt mal in den orbit ein stop wir brauchen ja noch ein screenshot für die nächste folge leute ihr wisst ich mache für jede folge gibt es aha aha gibt es einen eigenen screenshot oh ja manchmal schlechter manchmal besser aber das macht mir spaß das macht mir ohne witz macht mir voll spaß solche screenshots zu stellen jetzt guck mal zwölf tage die halten wir noch durch bevor wir jetzt hier da irgendwas abändern und jetzt wir gucken da oben hin ich bin so gespannt ach stop 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 das haben wir zehn tage verplempert ich pfeife eh so barrierepunkte wir holen uns mehr credits von technikern in zehn monaten per kurs sehr gut machen wir ok freunde schneid euch an 2 1 0 boom oh mein gott vier einfluss fünf eigentlich sind es ja fünf einfluss im monat ok leute es geht ab das heißt wir müssen legierungen hochfahren dann können wir jetzt richtig gas geben und uns alles schnappen was es überhaupt so zu schnappen gibt das jetzt schon ja was soll ich sagen mega krass also das finde ich jetzt schon richtig heftig oh man leute es ist es ist richtig geil das macht spaß man macht das spaß geil monolith okay gut also hier sind wir gehen auf verwaltung das passt das finde ich auch nach wie vor finde ich das gut der botschaftskomplex der gibt uns noch mal einen gesandten ok ok aber ja ist jetzt nicht das wichtigste auf der welt gehen kliniken haben wir hier noch gar keine brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt minennetzwerk auch nicht synthetische kristallanlage wäre interessant ich halte ja immer viel von den wirtschaftszonen weil das uns halt eben viel ja ihr wisst schon dings da bringt viel handelswert aber halt die forschungslabore die liegen mir jetzt schon am herzen dass wir da ein bisschen gas geben das machen wir auch ja hey diese diese subraum navigation das schiff war war das war ja am propos der welt das war ja irgendwo hier hinten und dann macht es beim dauert seine zeit und dann ist aber da und dann wird das voll gut ok galato wird schast stopp er steht ja jetzt hier dumm da also da wieder wieder oberdummkopf weil der der macht schon die aufgaben von ihm dann wird er jetzt was wird er jetzt er wird jetzt eine ausgrabungsstelle und sucht die déjà vu ausgrabung ich nehme halt irgendeine macht da jetzt kein kopf was vereine das ist dass die déjà vu ausgrabung ja gut es muss halt in unserem gebiet sein sonst bringt uns auch nichts uns bringt uns das gar nichts haben wir hier irgendwo was hier haben wir nirgendwo was hier bräuchten wir ja hier bräuchten wir nennen und kommen dann können wir uns das gönnen uns die schiffswerft hier an der stelle und dann bauen wir die konstruktionsstift hier raus und dann müssen wir gucken wo wir hier den handelswerter einsammeln möchten und ja das ist alles das ist in jetzt halt hier stationen die sind halt so ob die so sein müssen das sehen wir dann jetzt also kommt erstmal die archäu tretet tretet ein wo sollen wir eintreten kaum sollen wir eintreten da können wir eintreten noch nicht jetzt ich versuche mal jetzt die archäologischen ausgrabungen bei uns im reich hier zu sendieren anhand von diesem die mir hier zum beispiel wäre eine dann mach mal experimentelle subnavigation nach traflo macht er jetzt oder er ist schon weg alles klar ok ok das war jetzt die sache ich komme schon wieder voll durcheinander wo ist ja ist ja im hyperraum ja 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 ok gut gut haben wir hier auf hemntares in ja genau so er wird jetzt hier nämlich diese ausgrabung machen würde jetzt wurde gemacht die wird nicht gemacht wir möchten aber dass du das machst bitte archäologische städte ausgraben perfekt sehr gut er crept aus hier haben wir jetzt da kommt unsere flotte hier schon an aber er ist für uns dort und das haben wir nämlich schon ein schiff dann gehen wir hier hin oh ja freunde und jetzt verzeiht geil weil ja aus gründen hier haben wir den amöben schwarm 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 also 17 18.000 rum ist das stark hier ja reisende ein herzliches will es kommen ein herzliches willkommen als die racket industrial fleet für einen kurzen höflichkeitsbesuch in den orbit von rational eintrat verwandelt er sich wohlwollen in eine spontane kombination aus open air mark und party viele bindungen wurden zwischen midari und rackets geschmied und es wurde viel verhandelt kommt bald zurück 1000 energy credits aber jetzt sind doch die rackets das ist doch so erstens mal sind das nur händler wenn ich mich da recht erinnere racket wo seid ihr denn ich sehe sie gar nicht okay alles klar direkt jetzt und 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 dann sind die doch so abstoßen vom aussehen her und von allem oder was weiß ich schon über gewisse vorlieben gewisser bewohner unserer planeten ok gut er hat hier seine aufgaben sehr gut er macht es und wir haben hier ein unerforschtes loch das hätten wir jetzt eigentlich dann auch mal erforschen können aber passt es ist die leute ist ein geiles spiel sorry ich bin glücklich momentan gut wir wachsen und gedeihen hier wir haben einfluss also sorry leute wissen wir also mit eins rum gemacht haben und mit null und dann hier so ganz klein aber frei wo ich halte ja 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 so war das nicht mehr so unsere flotte befindet sich ja genau mit dem prime extinguishers ich hätte ja gern noch den krieg jetzt mit denen geführt mit unserer gut wir haben nur eine flottenstärke von 160 und wir müssen hier sowieso gucken dass wir hier rauskommen weil ja das wird ja so sein wenn die grenzen schließen und sind die wieder alle verschollen deswegen gehen wir mal hierher wo wir auch ein l tor haben was haben wir da raktalack nack haben ein bisschen kurz gehauen also die raktalack nack die könnten wir auch mal wir kriegen langsam construction project concluded gut hier sind wir angekommen ja wie ist denn die station ist die stark ist die schwache es sieht schwach aus oder und wir haben ja gesagt wir testen einfach mal die amöben klasse auf die zu schicken also das sieht jetzt nicht so mega fett aus dass wir uns dann die hosen machen müssten ganz im gegenteil ja hatten wir auch recht ganz im gegenteil das war schon in ordnung gut ok dann bauma hier den außen posten perfekt leute ist es läuft was machst du mein freund keine befehle du hast gar keine befehle aha bauen wir hier die sternbasis hin und hier guckt mal so ein bisschen nach dem tjanki space whale was da abgeht upgraden tun wir momentan noch keine flotten weil warum warum soll jetzt upgraden wir haben keinen krieg wir müssen uns mal gucken also direkt lag nack und die rio inter solar das sind so ein bisschen die sorgen kinder vor allem weil ich ja gerne auch mal die grenzen dicht machen direkt lag nack und sich außerdem stark ausbreiten alles eigenschaften die mir nicht gefallen unbekannt weeping ghost nebula ok na gut forschungs labore haben wir schon 22 mit da aber gut das wird sich jetzt ja dann verbessern hoffe ich mal wenn die forschungs labore stehen dann kriegen wir wieder ein problem mit konsumgütern aber nichts was wir nicht ins in den griff kriegen könnten archäologische städte schatzkammer eine kleine versteckte schatzkammer wurde kürzlich von lima thar an der archäologischen ausgrabungsstätte auf hemtares prime entdeckt obwohl die meisten der gefundenen schmuckstücke von geringem praktischen nutzen sind haben sie zumindest einen erheblichen energy credit wert hervorragend 800 archäologische städte gesperrt na toll jetzt ok wie sieht es auf rational aus wir haben roboter montageanlagen und wir haben genkliniken also wir gehen hier momentan voll auf wachstum wir gehen jetzt aber auch mal auf zivilindustrie hier ein bisschen und was hat er eigentlich starkes magnetfeld energy credits von jobs und mineralien von jobs aber leute sie müssten ja hier eigentlich werden ja blöd wenn wir sorry können wir nicht bringen das können wir nicht bringen wir müssen wir müssen die stärken des planeten nutzen und das ist ja eindeutig forschung forschung bergbau energy das sind die das sind die themen auf dem planeten die werden wir auch wie sagt man wir haben bespielen ja ich hasse das wort aber gut so reden die herren manager müssen das thema bespielen ok gut sieht alles in allem gut aus jetzt gucken wir mal aber 1 2 3 1 2 3 4 wir bräuchten hier wieder vierer um die handelswerte abzuholen aber bei nada hätte ich schon ganz gern mit dabei und aber prime ist ja jetzt auch ehrlich winzig wir verbessern das war sie haben wir transportflotte 17 ab geht er geht schon mal in bereitschaft moment wir gehen mal ganz schwindel ein blödsinn kommen wir auf man die sind auch nicht gerade diplomatisch so gut auf uns zu sprechen oder wir verbessern mit verschlechtern bei rio inter solar die brauchen wir die wir haben zwei bei den wild kabalen dann nehmen wir nur einen bei den kabalen und wir holen uns tatsächlich noch mal einen wir wollen uns tatsächlich noch mal einen dings da raus einen diplomaten später das machen wir das machen wir schon ok cool ja so acht expansionsplaner wir möchten nur planeten die kolonisierbar sind und da gibt es jetzt eine ganze menge und zwar auch große null seltene vorkommen aber das macht uns nichts das nehmen was eine kolonie von energy robot und der roboter kolonie deswegen sind die so bewohnbar könnt ihr mir das sagen ob das sinn macht eine roboter kolonie zu erstellen oder ist das total blöd als wir können es machen aber die können doch gar nicht alle jobs erledigen oder irre ich mich nicht die können doch nicht alle jobs erledigen und wir könnten später dann leute übersiedeln ja aber ich hätte eigentlich ganz gern genau nämlich mit da die welten ja und dann sieht es nämlich wieder ganz anders aus die geschichte und dann können wir zumindest monja kolonisieren und das machen wir auch mit uns das machen das ist noch das machen wir auch und die haben auch staubhöhlen plus eigentlich kann es nicht erkennen was das sein soll was sollte sein staubhöhlen plus eine maximale staub ernte falle ok ok also das haben wir jetzt gemacht aber eine roboter kolonie aber wisst ihr was wir gehen mal einfach wir machen mal die roboter warum nicht wir machen einfach mal wir testen uns wir testen das ding und hier bergbau dann machen wir doch hier maximale bergbaudistrikte auf diameter ok weil das können ja die roboter dann sollen die mal dahin auf bergbau machen zum testen leute wir nutzen ja jedes spiel als testballon für die möglichkeiten die sich uns da erschließen und hier schließen sie uns hier erschließen sich uns ganz andere sachen nämlich dass wir handelswerte hier nicht einsammeln und zwar im großen stil wir haben die waldturm station die eigentlich nur handelsknoten drin hat gucken wir mal und wenn wir jetzt auf 4 gingen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ja gut das ist auch nicht gut wir bräuchten hier tatsächlich eskola müsste in der station sein um das hier abzuholen ja aber dann hätten wir ja und warum warum wird seifarius nicht abgeholt wenn doch die station drüber läuft total an 1 2 3 wir bauen einfach talan aus wie witzig ist ja auch schon vor vorgefertigt hier hätten wir nicht gleich machen können und jetzt was bringt noch mal der hyper raumanweiser ist ja immer interessant so stopp was ist das was bringt sammelreichweite plus 1 über rom anweiser machen was haben wir erforscht wir haben die gedanken synthetische gedankenmuster ressourcen von jobs 5 prozent das war uns wichtig das haben wir auch gemacht klasse bereichsausbreitung von bewohnern klein am mögen geißeln mal wieder war nicht so spannend interessant war aber hier sieht die der große botschafts komplex wir haben ja nicht mal den kleinen gebaut bis jetzt ist nun mal den großen bauen und wir gehen aber erst mal auf die psionische theorie weil die bringt uns dann richtig viel wenn wir die für uns erforscht haben antimaterie rakete die raketen ich habe halt immer ich sage ich sage euch mein problem mit den antimaterie raketen die mögen gut sein aber ich habe halt immer schiss ja dass das der gegner dann point defense hat und dann bringen die uns gar nichts weil du schießt ja keine 100.000 antimaterie raketen zwischen vielleicht zehn oder knallen die die ab und was ist dann dann sind wir die möpse deswegen fand ich das jetzt nie so toll obwohl prinzipiell ja sind sie cool weil die mal 100 prozent schilddurchschlag und machen auch auf dem rumpf ordentlichen schaden noch drauf rakete mit acht rum rumpf punkten und zur bessere jagd und bomber geschwader leute jetzt nur mal so schaut euch das an durchschnittlicher täglicher schaden 8,75 ok 8,75 das verbesserte bomber geschwader 62,6 ich frage mich ist das normal leute dann geht ja jeder der bei klarem verstand ist immer auf die träger wie wir es ja auch schon letztes mal gemacht haben und damit sind wir auch gut gefahren und wisst du was wir machen es auch so seltene kristalle stehen wir noch seltsam gut da hätte ich jetzt gar nicht gedacht dass wir da dass wir da gut dastehen so jetzt aber ja unser freund könnte der hier genau wir machen ja klar hat unsere freunde die machen bei uns entklaven wir machen bei ihnen entklaven von uns aus gesehen für das eine exklave und weil das außerhalb unseres reichs ist und das eine entklave weil sie innerhalb unseres reichs ist ja nur halt weil sie vielleicht nicht jeder man kann nicht immer alles wissen der verbesserte reaktor machen weil das war ja in diesem spiel das erste mal dass wir schwierigkeiten hatten mit 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 unserem reaktor eben jetzt frage ich mich grad wie wir das machen und dass wir eigentlich in kakonen in kakonen da machen wir auch eine schiffswerft draus und hier machen wir das ist alles so ein blödsinn die demontieren wir das ich finde das hier echt und ohne witzen schwach sind wir machen doch eine wissenschaftsstation draus ist auch so ein system das haben wir halt mal übernommen ohne sinn und verstand wir haben es halt übernommen weil es da war neue tradition verfügbar alles klar was machen wir baukosten der schiffe um zehn prozent reduziert und geschwindigkeit erhöht und die feuerrate um zehn prozent erhöht und den schaden der orbital bombardierung um 20 prozent erhöht das ist auch so was ich sage immer ich möchte die planet nicht bombardieren weil wir möchten den hier übernehmen und wenn wir den übernehmen möchten ja dann ist ja einfach sinnvoll dass wir ihr versteht schon versteht ja dass wir nämlich ja immer darauf so einen intakten planeten übernehmen ist doch klar ist doch außer mit denen mit den hall da war uns alles egal 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 weil wir hatten es halt nicht nötig construction project concluded was hast du gebaut mein freund alles klar so jetzt terek okay dann bauen wir die bergbaustationen danach forschungsstation erbaut das ist klar sehr gut ja wir haben jetzt immer noch nicht unsere unsere dingster gebaut wir haben sogar zu den rio inter solar haben wir sogar einen tatsächlichen durchgang guck mal das siegesprotokoll an ja 58 läuft für uns rio inter so ganz schwach die leute ihr seid so groß warum seiten ihr so schwach und dann kommen aber auch schon die welt kabale und direktalag kommen dann hier drunter das konstruktion schiff hat er das schnell reingebaut neb ist doch in ordnung ist doch sein recht soll das machen ich meine ich klar klar ich hasse ihn dafür selbstverständlich aber nützt uns doch nichts roboter trümmer das möchten wir machen jetzt mal gucken wenn unsere schiffe hier ankommen könnten einige auf aber prime einfach ein schiff noch mal uns holen wissenschaftstation handelsknoten müsste was wir verbessern die auch mal zu sternen feste das haben aber auch der legierungen ausgegeben war wieder auf großem fuß nicht gut verbessert der reaktor verstärkert da ist er ja da ist er ja und die kolonie entwicklungsgeschwindigkeit ja die nehmen wir jetzt halt auch mal mit weil ja doch der tag kommen wird an dem wir das dann benötigen werden eventuell wenn unsere neu angewiesen zu den lindern das gäbe es guck mal minus eins wenn er das jetzt hier gebaut haben wird dann ja sind wir das hier oben nicht mehr rot sein sondern komplett grün so mein freundlich stimmen warrior wo man das hin und dann wohl uns hier so schön heute es ist einfach gut wir haben trotzdem jetzt das problem hier mit dem handeln damit sagt auch auf tala anbauen wir haben wir gesagt und den hyper rom anweise haben wir auch gesagt aber trotzdem tala 1 2 ok und mit dem hyper rom anweise 3 dann müsste dann so gehen oder oder gilt es dann pro dass wir sogar so weit gehen können das auch pro handelsknoten ein was weiß ich so alles die handelsknoten geschichte hier könnten wir muss man jetzt halt auch darauf achten wir machen man die geschützbatterie da geht es um den handelsschutz und weltraum handelsunternehmen das bauen wir vielleicht auch mal hin macht ja sinn und eventuell dass wir ressourcensilos halt auch einmal da rein bauen und die legierungen sind dermaßen teuer schaut euch das ding hier an gibt es gar nicht unfassbar wie kann man so teuer unterwegs sein nun gut der ist hier unterwegs das passt alles läuft alles ganz so wie wir es vorausgesehen haben wo ein nissle initial colonization phase die auf diameter kolonisiert den planeten ja genau und genau jetzt könnten wir die 50 prozent geschwindigkeit brauchen haben wir natürlich noch nicht aber das bomber geschwader ist fertig baby und immer die das enigmatische tor das fand ich immer mies und wollte es gar nicht wissen aber vielleicht wollen wir es wissen aber ich wollen doch die fortschrittliche real gern wissen weil die uns dann jetzt im kampf wir machen es enigmatische tor ruinenwelt ich liebe die bilder und von mir aus könnte noch viel mehr story und rollenspiel und geschichte dabei sein viel mehr hätte ich gar kein problem das spiel ist richtig gut es hat dieses absolute potenzial noch viel besser zu sein es ist für mich also für mich persönlich würde ich stellar es weit über 90 prozent geben ja nachdem wir einen zugang zum rechenzentrum gefunden und uns einen weg durch die trümmer gebahnt hatten war es überraschend einfach die computersysteme zu reaktivieren und sich mit ihnen zu verbinden selbst reparierende schaltkreise und lernalgorithmen wurden rasch online geschaltet um eingeschränkte funktionen wieder herzustellen und mit unseren eigenen computer zu kommunizieren der grund für diese plötzliche aktivität wurde schnell klar hemtares prime war einst die hauptstadt eines maschinen imperiums schon wieder namens der omni codex die omni benannt nach ihrer hauptaufgabe waren ein hybrid aus robotern und cyborgs die versucht hatten proben des gesamten biologischen lebens in der galaxie zu assimilieren und so dessen aussterben in einer unbekannten galaktischen katastrophe zu verhindern ok also omni das ist um nie heißt alle alle ok und zumal wenn man jetzt wenn man jetzt einen omnibus hat kennt ihr ja omnibus ja ja da können alle damit fahren dein omnibus also omni heißt alle und die möchten einfach alle das gesamte biologische leben daher omni assimilieren und blablabla aus den noch vorhandenen aufzeichnungen geht hervor dass diese vor vorgehensweise bei den anderen galaktischen mächten ihrer zeit nicht beliebt war und sie schließlich durch einen kombinierten angriff von mehrerer von ihnen besiegt wurden ok vor ihrem untergang konnten die omni jedoch viele proben von spezies nehmen und wurden viel aber uns wurde viel arbeit in die entwicklung eines geräts gesteckt mit denen letzteren bedarfsfall nachgebildet werden konnten dieses gerät der omni kodex selbst wird irgendwo in der nähe aufbewahrt sucht weiter ach du kacke will ich überhaupt ein omni kodex haben keine schatzkammer also das war die schatzkammer und jetzt kam der omni kodex und das kann ja ja sucht weiter sucht weiter freunde grabt 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 im einsatz vermisst alles klar dauert noch ein paar echen bis sie wieder da sind aber gut vielleicht werden sie schneller hingeflogen als das jetzt der fall war gut da haben wir unsere schiffswerft was wollen wir wir möchten 12 wir möchten ein konstruktionsschiff bauen möchten wir auch ein forschungsschiff bauen nehmen möchten wir erstmal gar nicht und dann haben wir hier den base cluster wir brauchen doch nicht direkt auf karpadene daneben noch mal noch mal ein haufen schiffswerften haben die machen wir einfach mal weg so dann haben wir nämlich hier wieder ein bisschen bisschen luft ja also als erstes wir möchten gerne bitte ein konstruktionsschiff bauen und dann möchten wir bitte ein handelsknoten bauen und dann möchten wir außerdem bitte ein hyper raumanweiser und dann möchten wir das ding verbessern so läuft jetzt haben wir ein problem mit dem essen wir handeln auch 40 wird verkaufen 40 essen das lassen wir mal schön bleiben und verkaufen nur 20 gut und da brauchen wir jetzt genau abrechnen einfach macht macht weg entfernen alles klar so ok jetzt dürfen das wieder sinken aber genug sein zur verwaltungswelt kam hat einen arbeitslosen energy roboter er kriegt dann diese geschichte und wir geben jetzt mal gut ab also man merkt es schon mit dem projekt mit dem noch 25 prozentigen dings da bewohnbare planeten hier dass nur 25 prozent haben weil das ist echt wenig construction project concluded muss man auch mal sagen another day another scientific breakthrough also ich habe es rausgefunden woran es liegt man muss natürlich bitte auch wenn man die befehle gibt shift gedrückt halten construction project concluded ja ja stop 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 kolomierentwicklung 25 50 prozent erhöht finde ich gut physik forschungsgeschwindigkeit fünf prozent in allen bereichen machen wir und gori son of geld diese hat die gute chemowonne ja das ist natürlich was feines die chemowonne oder wir machen den machen wir unser flotten limit erhöhen wir die chemowonne irgend wenn ich das höre dann hätte ich immer wieder lust cyberpunk zu spielen und auch mal vielleicht ein display mit cyberpunk zu machen aber es war halt damals so es hat es lief nicht gut auf meinem pc es lief mies um ehrlich zu sein das war echt eine bescheidene sache tja jetzt wisst ihr was wir gehen mal hier nach allmark okay gucken uns das ding an aha wir haben hier eine schiffswerft wir haben hier verstärkte panzerung alles klar dann machen wir jetzt bitte als erstes ein horchposten wir möchten mal ein bisschen glotzen was da was da abgeht bei denen dann machen wir noch mal eine schiffswerft rein und wisst ihr was noch mal eine schiffswerft rein wir bereiten uns auf den krieg vor den rio und inter solar sind auch so geönerchen dann sollten wir vielleicht xora mal hochziehen machen wir auch ja construction projects erledigt beobachtungskurs posten alles klar jetzt uns fehlen ja gut uns fehlt einfluss und okay da müssen wir jetzt mal dran dran denken ich habe schon wieder um ehrlich zu sein gar nicht mehr dran gedacht wir möchten müssen ein bisschen sparen und legierungen rauspumpen können wir ja im prinzip auch machen wie schaut es hier aus leute wie schaut es denn hier aus warum 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 graden wir das nicht ab warum zeigt ihr nicht dass wir es upgraden möchten wir haben doch 15 einwohner jungs wir haben ja kolonien und und verwalten die schlecht was soll ich denn davon halten construction project concluded so hier jetzt würde ich sogar die verwaltungsbüros ersetzen die würde ich sogar ersetzen und zwar eventuell mit einem ja das ist alles irgendwie blöd mit ja mit noch einer legierungsgießerei dass wir an die legierungen kommen quamm können wir auch upgraden das passt schon alles system survey concluded hier kommen die bauen und hier unsere hauptstadt die wird mal gefälligst auch schön upgraden spaceport system der match und warum mag am wie stark ist unser spaceport jetzt nicht stark aber aber stark genug oder ich sehe aber gerade was ganz anderes und zwar faktor das ist ja eine richtig geile welt wie sieht denn die aus die sieht ja voll gut aus die sieht ja krass aus ich finde screenshots und immer netter von der tagseite aus mal gucken welchen ich dann nehmen wird aber das ist ja so cool die sieht ja mega aus okay so leute jetzt knallt sie ab müsste doch reichen oder nicht schießt doch jung nicht teilt euch doch nicht aus schießt doch drauf ja nicht aufteilen immer auf den immer auf denselben und fokus feuer mann jawohl und jetzt hier noch noch einen eben machen weg so was aber auch dass man verteidigungsbasis hinbauen oder was verteidigungsplattform der das karl klasse möchte ich ja nicht unbedingt wenn dann wieder einer kommt das machen wir dann stehen wir da wie die maps sind so die hier die haben denen fehlt eine wohnung und denen fehlt aber auch viele dienstleistungen und das ist klar freunde dann machen wir das mal wir wollen doch dass ihr froh seid dann machen müssen stadtdistrikt gut er baut hier unten ab und dann wird hier oben weiter ausgedehnt perfekt ich finde es so toll dass wir jetzt mehr einfluss haben ja dann macht halt auch gleich viel mehr spaß was immer sind das für jungs eigentlich die lillen rivers und warum sind die mächtig haben eine eigene eigenes kleines raumreich jawoll jetzt hier neuer lasflotten überlegenheit und so weiter und so weiter können wir das befehlslimit noch mal erhöhen das befehlslimit erhöhen macht jetzt hier ja mit den wenigen planeten viel mehr sind wie da als wir 80 milliarden planeten haben weil wir da einfach die bunker gebaut haben aber jetzt sind bauplätze auf planeten mangelware die sind knapp dann ist das eine ganz andere geschichte will ich euch nur mal sagen ok gut kulturerbstätten diplomatische bedeutung einflusskosten ansprüche ja könnte man gebirgszug entfernen so was in der richtung vielleicht oder machen doch die kultur abstelle die wäre dann doch nie ändern wir machen das und wir machen wir machen die xeno beziehungen hat und dann gehen wir aufs auf square wo es problem wohnung fehlt auf square und das machen wir auch als allererstes wir möchten schon dass die keine arbeitslosigkeit haben ja so muss das schon laufen und aber so läuft so läuft es mein leben so läuft es und ja jundus kontinentale welt konstruktion projekt konkluden machen wir haben setzt ja gut jundus was haben wir noch der base cluster anscheinende tote welt jetzt können wir mit dem racket kolonisieren machen wir auch research concluded ja so ok erkenntnis über das enigmatische tor perfekt rumpfstärke zerstörer alles gut aber exotische gas raffinerien die sind auch wichtig die machen wir auch erst wahnsinnig das ist eigentlich prinzipiell gut und er erfahrungszuwachs bis 25 prozent haben wir einen ingenieur haben wir nicht gibt es einen gibt es nicht wissenschaftler die munka ist natürlich auch eine feine geschichte na gut ok auf square haben wir jetzt auch noch einen freien platz da wird aus der stadtdistrikt gebaut und die legierungsgießerei gebaut die würden wir auch fertig bauen dann und anschließend wie wäre es denn mit mit staub ernte fallen aber gut momentan ja wir sind halt im im limit also da gibt es nicht viel hier zu holen lebensmittelmäßig stehen wir da wie die möpse über die kompakten farme nimmt machen wir mal kompakte farme und landwirtschaft und die kompakte farm machen wir direkt hier hoch ja ok alles klar hier wird die mega legierungsgießerei gebaut aber wir haben einen arbeitslosen mineralien roboter mit 67 wird man vielleicht sogar lassen hier fehlt uns eine wohnung der wird gebaut das passt hier sieht es auch gut aus ja leute es sieht doch gar nicht so verkehrt aus alles in allem wenn der heuchtposten hier steht und können ja vielleicht mal einen blick reinwerfen 1234 felder kann dabei gucken dann sehen wir schon einiges da ist gleich fertig kommen wir zurück mal auf gas wollen es mal sehen 10 um und wir sehen sie sehen dass sie nicht sehen das sehen wir ja wir sehen nichts alles klar okay also aber die sind ja auch schwach glaube ich sind richtig schwach die jungs da habe ich nicht auf play gedrückt heute wir haben play ich sag ja wie sieht es da aus da wollen wir bitte auch noch posten bauen da möchten wir auch schiffswerf bauen ich rechne halt nicht mit einem angriff das ist das ding ich rechne nicht damit dass wir angegriffen werden gut da haben direkt immer noch immer noch schwache singen also wir sollten den angriff auf jeden fall demnächst mal durchziehen construction project concluded was haben wir gebaut wir haben es erweitert zur weltraumstation waldturm handelshauptstadt 140 gesammelt und jetzt wird aber weniger gesammelt das sind hier unsere problemzonen wo fängt es an zim da bei zim da fängt es schon an uns schlecht zu gehen also leute wo ist zim da was leute halt stopp 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 zim dor ne krim dor wenn man halt nicht lesen kann dann hat man echt ein problem momentane piraterie aber wir haben doch hier wir haben doch hier was stehen oder nicht wenn wir jetzt bei waldturm sind ok handelsschutz plus fünf schutzreichweite plus eins dann schützen wir aber halt auch nicht weit genug wir schützen plus eins also hier schützen wir noch oder so verstehe ich das und zim dor schützen wir nichts und halt hier momentane piraterie riesengroß na klar und dann kommt nichts mehr an bei der erde ist ja auch klar und wie groß ist dem sein patrouillengebiet hier okay das mal ganz cool bleiben das mal ganz cool bleiben er fliegt mal dorthin das hier ist unsere große flotte quasi ihr fliegt mal dorthin okay und dann werden wir von da mal gucken wie wir na ja klar natürlich kommt da nichts mehr an ist doch klar dass da nichts an kommt okay immer action immer was zu tun genau so muss das sein da haben wir einen ankerplatz finde ich jetzt halt auch voll dümmlich system survey concluded horch posten rein schiffswerft rein schiffswerft rein wir fehlt irgendwie die trocken das trocken doch das war halt abgefahren trocken doch mega cool mega cool ok aber hier wird überall gebaut bei unseren problem stationen alles gut konstruktionsschiffe machen gar nichts leute ich hab dir doch gesagt konstruktion projekt concluded du sollst da unten bauen da würde ich vielleicht auch um sarah sagen dass wir damals hinbauen vielleicht auch ein bisschen was größeres ganz einfach deswegen weil da kommen ja auch mal so am möben kommen ja auch mal daher und da möben mögen wir ja auch nicht unbedingt mögen wir ja auch nicht unbedingt also ich mag keine ermögen und da bewegt sich mal nach dort alles klar da haben wir wow systeme mein lieber research concluded mein lieber lieber mann so okay hier hier das konstruktionsschiff das kommt wieder weg weg damit was machst du da gibt es jetzt hier auch nicht so viel wir machen wir bringen es mal hier in den in stellung wenn wir das rohr abbauen können dass wir das auch dann gleich machen ja gut denn er ist halt hier unser junge so wird es mal schön die bergbaustation bauen was haben wir jetzt erforscht die exotischen gas raffinerieren perfekt ist aber auch noch kein throw und hier ist die gute alte autokanone die gegen panzerung wenig schaden macht aber den rest nutzt und hier bergbaustationen machen mal den mineralien schneide laser da freuen die sich auch bestimmt das ist alles auf jeden fall gut aus ja und da bauen wir jetzt komplett um das passt schon experimentelle subraum navigation du bist angekommen mein freundin um sara ja klasse und dann erforscht mal die anomalie ach so und die anderen schiffe die haben alle zu tun na dann ok dann ist gut auf quam haben wir wieder einen freien platz ziviler replikator komplex gut hier gerade für unsere konsumküter produktion und die wirtschaftszone einfach hinbauen wir machen es mal ok wir haben schon ewig keine wirtschaftszone mehr gebaut das haben wir ja mit den menschen gebaut wie verrückt und zwar nicht die schlechteste entscheidung das zu machen aha eine gute entscheidung sogar ok gut hier stehen wir jetzt da mit verstärkter panzerung und horch post und wissenschaft und schiffswerft und allem drum und dran wir haben halt keine verteidigungs plattform drauf ja halt ich bin und wir haben noch keine informationen über die flotte doch doch haben wir hier seht ihr seht ihr flak batterie also die zerstörer haben flak batterie und ja gut wir müssen uns halt gegen die richtig panzer kommt ihr unserem energiehaushalt schon mal leute das geht ist ja übel so seid ihr drauf echt jetzt so seid ihr drauf haha ok alles klar also wir brauchen viel panzerung ok viel panzerung und die haben ausgeglichen und keine 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 flugzeuge machen also viel panzerung und ausgeglichene waffen ok freunde wir bauen jetzt nun mal ich nenne das dann einfach wie nennen wir die rack rack schiffe im schiffsdesigner gehen wir mal in die neue vorlage und machen gleich mal den kreuzer ja schon cool wir machen immer immer gerne 11 finde ich richtig gut und da können wir auch noch mal ein l rein machen artillerie kern perfekt und und m so wir können ganz gemischt kämpfen wie wir es möchten ok dann haben wir hier schild machen wir eine railgun und dann machen wir auch einen UV laser und für den kleinen spaß hinterher machen wir machen wir den mittleren plasma werfer ok reichweite haben wir 60 müssen wir uns eigentlich dann schon die 60er reichweite da gibt es halt nur 80 und dann wird es ganz blöd dann machen wir dann machen wir Linie das ist in Ordnung ja Freunde wir brauchen halt viel panzerung was unserem energiehaushalt wieder zugute kommt aber ganz ohne schilde mag ich halt auch nicht man weiß gar nicht ob man nicht gegen anderen auch mal kämpft dann muss ich wieder alles umbauen so und dann machen wir natürlich auch ein regeneratives rumpfgewebe und dann machen wir das das wieder abgegradet wird oh Leute es geht ab Nachbrenner für bessere Geschwindigkeit da sollen wir zweimal das regenerative rumpfgewebe drauf machen da werden sie halt noch böser Kreuzer Rack 1 das ist der Kreuzer Rack Artillerie ok Leute ist das geil sonst machen wir mal noch was noch ein paar bisschen was kleineres und zwar machen wir vielleicht den Nahkampf der Disruptor da geht halt komplett durch aber macht mega wenig Schaden ja weißt du was wir machen mal einen auf Disruptor ok Kreuzer Rack Disruptor und was hat der für eine der auch eine Reichweite von 50 ja dann machen wir auch die Linien Geschichte passt also klar also alles klar meine ich natürlich dann gucken wir uns auch mal Zerstörer an L P M S ja weiß nicht Waffen Slots S ja ne 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 da machen wir auch da machen wir auch klein da gehen wir auf auf kleine Geschichten ähm und die haben gemischt ähm ja überlege ich grad überlege ich grad ob wir vielleicht den Bergbaudrohnenlaser machen weil der halt nochmal am Rumpf ordentlich Schaden macht gell wenn die Schilde mal unten sind ja der macht aber auch Panzerungsschaden ganz ordentlich der macht aber auch Panzerungsschaden ganz ordentlich und die Railgun geht gegen Schinde ja die machen wir gemischt das war ja alles gemischt bei denen das passt schon die gegossenen Kristallplatten ja gut die gegossenen ich überlege gerade ob wir nicht vielleicht lieber gegossene Kristallplatten machen weil die halt schon nochmal ein ganz anderes Kaliber waren gell auch 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 für die anderen beiden Designs ich glaube das machen wir auch Zerstörer Rack 1 den nennen wir einfach so Zerstörer Rack 1 ok ne wir gehen nochmal wir gehen nochmal in den Rack Artillerie ins M rein da mal M die kosten uns natürlich ein Vermögen aber sind so viel stärker ja und dann kostet uns ein Ding 1,80 wisst ihr was wir gehen voll drauf ja jetzt möchten wir überschreiben bitte und das Rack Disruptor den bauen wir auch nochmal möchten wir ok alles klar hi 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 Alles klar. Ja, perfekt. Ja, voll gut, oder? Mega gut. Leute, alles klar. Bitte. Lasst ein Like da. Lasst ein Kommentar da. Lasst ein Abo da. Betätigt die Glocke. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wir gemeinsam hier auf den Putz hauen. Weil es so gut wird. Es wird richtig gut und so einen Krieg vorzubereiten macht halt mega Spaß. Und ja, wir haben halt optimale Chancen. Wir haben richtig optimale Chancen. Wir vernichten sie halt einfach mit allem, was wir haben. Mit der Kronitonenlanze. Schaut euch das an. Täglich durchstehen. 2 oder 23. Und Schilde. L. Dunkelmaterie. Deflektor. Infinitonpanzerung. Und noch Schildkondensator. Oh Gott, Leute. Also, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Musik al. Tschau. Musik al. Boah. Subtitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017